Ich freue mich sehr, dass ich heute sprechen darf über das Thema Human Capital als Ressource der Zukunft und junge Menschen als Treiber für Veränderungen am Puls der Zeit der Generation Y, Z und Alpha zu sein. Darum geht es. In 2030 werden wir allerdings alle in allen entwickelnden Industrienationen weltweit zu einem demografischen Problem kommen, weil wir jetzt schon wissen, dass junge Menschen uns fehlen werden als junge, talentierte Fachkräfte, die nachkommen, aber auch als kaufkräftige Konsumenten eben für unsere derzeitigen Produkte, die wir auf dem Markt auch anbieten. Sie als Führungskraft sind eigentlich mit die besten Vertriebler einer Organisation. Was heißt, Sie müssen nach draußen gehen, aktiv nach draußen kommunizieren, gute Botschaften über Ihre Organisation mitteilen, gucken, dass Sie sich Netzwerke mit jungen Menschen aufbauen und vielleicht schaffen Sie es sogar als Corporate Social Influencer, auch beispielsweise über die Plattform LinkedIn, so aktiv zu sein, dass Sie eben auch eine wunderbare Sogwirkung und Strahlkraft auswirken für Ihre Organisation. Da wissen wir, da bewegt sich das jetzt gerade alles in der Zukunft hin. Intrinsischer Antreiber ist die Leidenschaft, die Leidenschaftsorientierung und das ist natürlich für Top Brands und Top Talente sicherlich eines der wichtigen intrinsischen Antreiber, die es gibt. Maslow hat einmal gesagt, what human beings can be, they must be. Was heißt, ein Poet muss einfach schreiben, ein Sportler muss Sport machen, ein Werber muss werben. Was wir auch immer mehr erleben, ist, dass wir neue Zalpha-Landscapes entwickeln werden. Also wir sehen jetzt schon, dass Brands wie beispielsweise Nike, Nike mit dem House of Innovation, gibt es sowohl in London, aber auch in Paris, dass man dort auch jetzt schon versucht, ein Zalpha-Landscapes so zu gestalten, dass junge Menschen Bock haben, dort hinzugehen. Also diese Räumlichkeiten werden immer mehr zu einem Point of Experience. Grundsätzlich wissen wir, dass junge Menschen immer Early Adapter und Trendsetter für neue Entwicklungen sind, die irgendwann dann aber auf alle anderen Generationen übergehen. Das heißt, wenn junge Menschen heute die illoyalste Generation aller Zeiten sind, dann werden wir das in der Zukunft auch von anderen Generationen erleben. Und wir wissen natürlich, haben wir es in allen Organisationen gerade, mit einem Kulturwandel zu tun, weil wir stecken in einer Transformationsphase, in ein neues Millennium, wo unfassbar viele Transformationen gleichzeitig passieren. Und jede Organisation erlebt diesen Kulturwandel, der auf drei Ebenen stattfindet. Nämlich, es geht hier immer um einen technologischen Fortschritt. Es geht um Spaces. Ich nenne hier bewusst Spaces und nicht Räume, weil Spaces sind auch alles virtuelle Räume, die wir in der Zukunft erleben werden. Und das dritte sind die Menschen. Da geht es natürlich auch ganz stark um den Mindset und am Ende des Tages mit auch um eine Führungskultur. Und wenn es auch um den technologischen Fortschritt geht, dann sage ich immer, Erfolg in der Zukunft wird die smarte Kombination sein aus technologischer Intelligenz und aus menschlicher Intelligenz. Hier geht es um das Thema Führung. Und was ich immer wieder in den Organisationen feststelle, ist, dass wir uns viel zu wenig die Frage stellen, welche Führungskultur leben wir? Und ist die zeitgemäß, passt die in die heutige Zeit, in die Zukunft? Und wenn es um gute Führung geht, müssen wir uns eigentlich eine Frage tief im Herzen mit Ja beantworten. Und diese Frage lautet nämlich, mag ich Menschen wirklich?